Ich bin bei der Schaltanlage. Annika, ich habe die Bombe gefunden. Okay, Johann, das sollte ein blauer und gelber Draht sein. Da ist ein blauer Draht mit gelben Streifen und ein gelber Draht mit blauen Streifen. Schneid den blauen durch. Ja, der eine ist überwiegend blau mit gelben Streifen und andere ist gelb, außer an der Stellen an einem blauen Streifen zu sehen sind. Aber technisch zu sehen ist der immer noch blau. Sind die blauen Streifen genauso breit wie die gelben? Ah, das ist unterschiedlich. Deshalb habe ich jeden Draht intuitiv nach seiner dominanten Farbe definiert. Aber als ich dir sagte, du sollst den blauen durchschneiden, wurdest du ganz verwirrt. Also war dein Benennungssystem nicht eindeutig. Okay, dein Kritik ist berechtigt. Schneide den überwiegend blauen Draht mit gelben Streifen durch. Ich schneide beide Drehte durch. Oh nein! Siehst du einen breiten, orangen Draht? VisionWorks. See the difference. photographs. Das geht dann mit dem